Oh, tschüss! Jetzt einfach mal rein, vergesst nicht das Video zu bewerten heute, rasset aus mir mit den Likes, checkt mein Merch aus, dann würde ich sagen, los geht's! Allein das er schon mit einem Auto auf einem See fährt, ne? Ja, ja, das ist schon so... Ah, das kann... Oh, Mann! Ohoho! Uuuh! Digga, das Auto bricht einfach ins Eis ein! Lol! Oh mein Gott, ich seh ich schon kommen! Monika, Bayern? Ey, bienn, hey! Nächste Gang, ohr war er eh! Oh mein Gott, bitte! Ah! Shit! Digga, so Nachrichtensprecher im Hintergrund... Ja, Auto, nachdem auch schon wieder... Ciao! Der ist einfach weg, Alter. Ich steh mir vor so. Alter, moin. Er bricht auch locker ein. Really, Digga? Still trying, still trying. Und tschüss, Alter. Oh mein Gott. Das ist auch richtig gefährlich, so im Eis einzubrechen. Auf jeden. Das ist todesgefährlich. Man kommt auch nicht mehr so leicht wieder hoch. Glaubst du auch nicht mehr. Krank, aber krank. Guck mal, wie er da. Ja, Leute. So, auf jeden Fall im Dezember nicht machen. Ihr wisst Bescheid. Ist jetzt auf dem See wieder, ja, oder? Ähm, ich weiß nicht. Ja, 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 ja. Oh, tschüss. Oh, schnell noch raus. Alter. Alter. Er ist gerade noch so rausgeklemmt. Und weg ist der Buggy. Und der Buggy ist einfach weg, ey. Zu hart. Das ist echt krass, Leute. Oh, man hört schon, ja. Oh, ja, man hört schon richtig. Krass, Leute. Das Eis ist zu dünn, ey. Aber ich würde mich auch niemals trauen mit so einem dicken, keine Ahnung, wie viel wiegt so ein Buggy oder so. Ich würde mich niemals trauen auf Eis zu fahren mit so einem tausend... Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt drauf an, so. Es kommt, es kommt ganz drauf an. Es gibt ja auch in Sibirien irgendwie ganze Dörfer, die da irgendwie auf so Eis sind, weißt du. Da ist halt 350, 60 Tage im Jahr, so. Aber irgendwie bei uns würde ich das auch niemals machen. Guck mal, er fühlt sich gerade so richtig cool und schluss. Und ich auch nicht so, nee, nee, so. Ein bisschen zu vielen New Kids geschaut, Alter, der Junge. Junge, die Szene, das erinnert mich sofort an diese Trucker-Serie bei Daymax immer. Ja, ja, genau, diese LKWs auf Eis fahren. Oh, 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 oh. Schaden, scheiß drauf, weg. Und tschüss. Das tut schon weh. Aber warum fährt man denn über so dünnes Eis, Alter, warum? Ich verstehe auch nicht so. Und da kommt auch so behinderte Ideen, Mann. Lol, er kommt nicht von selber wieder raus. Das Ding ist, das sieht jetzt so lustig aus, aber das Wasser ist ja auch so eiskalt. Oh, er brischt auch noch ein. Ja, ja, klar, klar. Ich weiß gar nicht, wie hilft man so Leuten? Ich glaube, so mit dem... Guck, alle brechen nacheinander ein, alle brechen ein, weil das Eis da bricht. Ja. Kannst du nicht rausholen. Krass. Ah, guck, er macht schon mit einem Stein. Und, lol. Oh, alle brechen da ein. Ich würde mich so von dem Eis verpissen, ey. Und, boah, Digga, Bagger ist nicht mehr da. Aber das ist jetzt nicht auf dem Eis, oder? Na doch. Das ist doch nur... Das sieht mehr so aus, als wäre das nur auf dem Schnee, oder? Ich glaube, das ist auch... Oder? Ich weiß gar nicht. Könnte doch einfach so Tiefschnee sein. Okay, das kann echt sein. Ich weiß gerade nicht, aber... Ich will zum Hoffnenden für die. Schnee wäre ja nicht so schlimm, aber... Wasser ist dann schon... Das Ding ist, ich bin einmal Ski gefahren im Tiefschnee, wenn du da hinfällst, du kommst kaum mehr raus. Ja, das ist auch total. Wie das dann so sein muss, Alter. Das wird komplett scheiße enden. Das sieht man jetzt schon. Auf jeden. Ja. Hauptsache, die Hupe geht noch kurz. Und er auch noch. Und er singt auf. Eiter Schwede. Warum? Warum aber? So wie die das Motorrad noch holen wollen. Als ob da jetzt irgendwie... Tschüss, tschau, tschau. Hey, was war das? Das hat einfach hingefallen. Ja, ganz cool. Was? Was ein... Oh, was ein Vollidiot. Oh mein Gott, Alter. Junge, statt ihm zu helfen, der Typ lacht sich auf, wenn du fräckst. Ich hätte den auch rausgesagt. Oh mein Gott, ey. Oh, komm, das... Fliegt voll auf die Fresse, oder? Oh. Hat sie Glück. Einfach Boden unter ihr weg, Mann. Oh, Mann. Krass, Mann. Und sie bricht immer wieder ein. Das wär ich beim Schnittschuh fahren, ey. Kannst du nicht? Ja, so ein bisschen halt, ne, aber... Boah. Alter, das blöd ist so weh. Ich bin letzten Winter auch richtig auf die Fresse gefallen. Wenn die jetzt auch noch hinfallen. Hä? Alter, das ist geil. Boah. Alter, ist er im Turnen, oder was? Korrekt. Ey, schon wieder? Selbe Stelle. Das ist der Neue. Ey, würde ich da gegenüber wohnen. Ich würde auch die ganze Zeit nur filmen. Boah. Arsch ist gebrochen, ey. Das tut so weh, glaube ich. Und aufs Steißbein. Heftig. Und sie fällt nochmal ein, self. Oder einer von denen. Ja, aber so klar. Und sie jetzt auch... Nee. Und schon wieder. Oh, shit. Lo... Junge, was... Was ein Typ, Alter. Lo... Fresher Move, Alter. Junge, wie viele Leute fallen denn da hin, Alter? Zu hart. Ja, die Stelle ist zu asozial, ey. Locker, der Typ, der das filmt, hat sich so freck gelacht die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Er dachte auch so, hey, da kommt der Nächste. Ja, ja, ja. Und schon wieder. Jo, ciao, Leben. Boah, was? Boah. Boah, guck mal, ich glaube, er will das retten. Boah, voll direkt von dem. Ja, ja. Schillig, Digga. Boah, Achtung jetzt. Die sind alle... Alter, zwei. Number one, number two. Oh, triple kill. Oh, drei. Alter. Junge. Was? Golf auf eine Eisfläche und... Boah. 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 Alter, Kid, das ist ein richtiger Fail. Das war Todesfail, ey. Das ist ein Russe oder so. Ja, ja. Ey, man sieht das schon so direkt. Aber wenn ich so weich gelandet. Das sieht man doch schon auf den ersten Blick. Das Eis, das ist nicht so dick. Ja, eigentlich sollte man das sehen, ja. Ja. Oh mein Gott. Boah. Und tschüss. Gut, der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr gewogen, der Typ. Wie der sich freck läuft. Er freut sich. Er freut sich. Das ist die Hauptsache. Boah, das ist richtig klasse. Ja, das ist so glatt. Check this out. Er denkt sich jetzt, yeah. Ich bin der Coolste. Check this out. Komm schon. Da hinten, LOL. Alter, korrekt. Ey, wie chillig. Ja, jetzt denkt er sich noch, yeah. 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 Oh, no. What's up? Das sieht halt so behindert aus. Ja, die, die die Videos machen, lachen sich immer nur kaputt über die anderen. Oh, fuck. Sie lacht sich so kaputt, ey. Und wieder auf Anfang, ey. Ey, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass das so krass sein kann. Das sieht halt schon wirklich behindert aus. Komm, sie kommt nicht den Bordstein hoch, ne? Ne. Trauch halt noch länger. Lappt ihr sie jetzt noch irgendwie hin, oder? Kannst du jetzt mal hinfallen oder ob irgendwas passiert jetzt noch, oder? I wore the wrong socks. Ich seh schon, komm. Und tschüss. Und tschau. Take 2. Klappe die zweite. Und wieder tschüss. Und tschau. Have you tried the hot dogs here? Digga, Lukas, deine Lache ist die geilste. Aber wie das halt aussieht. Do you need to go home for the rest of the game? There's not gonna be much use to us, I don't think. Needless to say, I didn't get my deposit back. Needless to say, I didn't get my deposit back. And Wiper Mitsubishi is the final sponsor of Golden Gopher. Gutscher. Heftigste Lache. Ey, mir tut dir so leid, Alter. Heftig auf jeden Fall. Ciao, Lieben. Geil. Ja, meine Freunde, das war's von den Eis-Schnee-Fails. Keine Ahnung, Leute. Passt auf jeden Fall jetzt in der Winterzeit auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Verbrüht den Like-Button, meine Freunde. Checkt noch Lukas aus. Checkt noch mein Merch aus, Leute. Die roten Hoodies gibt's noch bis zu Weihnachten. Abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.